Wir tanzen am Bader eine ganze Nacht. Wir präsentieren Andrea Jürgens, die Hits ihres Lebens. Und dabei liebe ich euch beide. Freuen Sie sich auf die ganz neue Musikbox von Andrea Jürgens. Mit vielen Überraschungen und einem besonderen Geschenk für Sie. Dein Zuhause ist dort, wo man dich gerne hat. Hier sind für Sie die Hits ihres Lebens. Vor genau zehn Jahren 2014, da startete Andrea Jürgens ihr großes Comeback, mit dem sie der halmtückischen Krankheit Depression den Kampf ansagte. Zu diesem Jubiläum erscheint jetzt eine Hit-Kollektion, deren Grundstock Andrea noch selber zusammengestellt hat. Erinnern wir uns gemeinsam auf fünf CDs an Andrea Jürgens und die Hits ihres Lebens. Goodbye, adios, auf Wiedersehen. Die Zeit hier bei dir war wunderschön. Wir tanzen am Bader eine ganze Nacht, weil der Lombader verrückt auf Liebe macht. Dein Zuhause ist dort, wo man dich gerne hat. Oh, mein Japanese boy. Die Sieben galt ja schon immer als magische Zahl. Zurückblickend auch für Andrea Jürgens. 1967 wurde sie geboren, 1977 entdeckt und 2017 ist sie leider verstorben. Die Sieben ist in vielen Kulturen die Zahl der Vollendung. Und ja, wir vollenden jetzt aus Anlass des siebten Todestages das Lebenswerk von Andrea Jürgens mit diesen fünf CDs. Die heißen nicht umsonst die Hits ihres Lebens. Manuel ist das Mädchen, das mir meinen Liebsten nahm. Ich träumte in der Sonne und sie in seiner Hand. Manuel, goodbye, ich sag auf Wiedersehen. Du bist nicht mehr frei und darum will ich gehen. Wer es erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Gern umarmte Andrea bei Konzerten ihrer Fans. Diese Kuschelgesten gaben ihr vor genau zehn Jahren eben die Kraft, den bösen Geistern der Depression Paroli zu bieten. Darum haben wir uns als Geschenk für diese bedruckte Kissenhülle entschieden. Man weiß es nicht, aber vielleicht spürt Andrea dann dort, wo sie jetzt ist, ihre Nähe. Andrea Jürgens hat Millionen Herzen berührt mit den Hits ihres Lebens. Sichern Sie sich jetzt Gänsehaut-Momente und Ohrwürmer. Mein Zuhause ist dort, wo man dich gerne hat. Diese gibt es nun auf fünf CDs, die Hits ihres Lebens. Ich hab ihn. Weitere Höhepunkte sind berührende Akustik-Versionen, sowie bewegende Duette mit Freunden und Weggefährten. Wir sind zwei von Millionen von Sternen. Sichern Sie sich die Hits ihres Lebens. Von Anfang an bis zu Ihrem Tod. Und sogar darüber hinaus. Denn wenn du glaubst, dass diese Sicht... Sie erhalten dazu diesen qualitativ hochwertigen Kuschelkissenbezug. Gratis als Geschenk. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 223 85492. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Andrea Jürgens hat Millionen Herzen berührt. Jetzt gibt es auf fünf CDs die Hits ihres Lebens. Gänsehautmomente und Ohrwürmer. Berührende Akustik-Versionen. Sowie bewegende Duette mit Freunden und Weggefährten. Sichern Sie sich Andrea Jürgens. Die Hits ihres Lebens. Von Anfang an bis über den Tod hinaus. Das sind fünf CDs für 949,99 plus Versand. Sie erhalten dazu diesen qualitativ hochwertigen Kuschelkissenbezug. Gratis als Geschenk. Denn wenn du glaubst, dass diese Sehnsucht... Rufen Sie jetzt an. 0800 045 44 00. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Fans, muss ich sagen, Sie finden im Rahmen dieser fünf CDs zunächst all jene Hits, die Andrea zu ihrem Comeback 2014 bereits ausgewählt hat. Unsterbliche Klassiker, quasi die Hits ihres Lebens. Aber auch die Lieder des Neuanfangs, die fehlen nicht. Und es gibt sogar zwei außergewöhnliche und häufig gesuchte Medleys. Und ich verrate Ihnen eins, das ist noch längst nicht alles. Amos mi amor, haf ein Herz verloren. Veia vamos a la fiesta. Lass uns glücklich sein, des Lebens freund. Veia vamos a la fiesta. Erinnern Sie sich, Andrea Jürgens Tod mit nur 50 Jahren erschütterte viele Fans. Aber auch Künstlerkollegen waren wie erstarrt auf dieser Hirbsbotschaft. Auf einer dieser fünf CDs finden Sie 20 Duette mit Stars wie Daniela Alfinito, Gigi Anderson, Irene Scheer und vielen, vielen anderen. Die Hits ihres Lebens sind für diese Stars eine Herzenssache. Manuel, goodbye. Ich sag auf Wiedersehen. Du bist nicht mehr frei. Und darum will ich gehen. Ich bin verrückt nach Liebe, die du mir gibst. Ich bin endlich glücklich, weil du mich liebst. Dein Zuhause ist dort, wo man dich gerne hat. Oh, my Japanese boy. Diese berührende Gesangsstimme und die Ausstrahlung in der Interpretation kommen besonders zur Geltung, wenn das Arrangement auf ein Minimum reduziert ist. Darum gibt es auf einer der fünf CDs die Hits ihres Lebens 20 Songs als Akustikversion für stille Stunden und besondere Momente. Wir sind zwei von Millionen von Sternen. Zwei, die durch jedes Feuer gehen. Auch wenn die Welt für dich untergeht, ich bin da, ich bin da. Bin die eine, die zu dir steht, alles klar, denn ich bin da. Vor zehn Jahren startete Andrea Jürgens ihr Comeback. Vor sieben Jahren verließ sie uns für immer. Diese Kollektion hat sie kurz vor ihrem Tod ausgewählt und geplant. Die Hits ihres Lebens, aber auch die Duette mit Freunden und die großartigen Akustikversionen, die gibt es jetzt. Das, meine Damen und Herren, liebe Fans, hätte Andrea Jürgens ebenso gefallen wie dieses Geschenk. Rufen Sie uns jetzt an. Ich hab dir nie den Himmel versprochen, weil es den auf Erden nirgends gibt. Tränen müssen sein, wenn man sich noch so liebt. Goodbye, adios, auf Wiedersehen. Andrea Jürgens wurde nach ihrem Tode zur Legende. Das ist all denen zu danken, für die Andrea Jürgens mehr war als eine großartige Sängerin. Für sie, die sie sensible Menschen mit Herz sind. Für sie bleibt Andrea ein Teil ihres Lebens. Die Hits ihres Lebens, berührende Raritäten und ein Geschenk gibt es jetzt nur hier und nur für Sie. Andrea Jürgens hat Millionenherzen berührt. Jetzt gibt es auf fünf CDs die Hits ihres Lebens. Gänsehautmomente und Ohrwürmer. Dein Zuhause ist dort, wo man... Berührende Akustikversionen. Wir sind zwei von Millionen von Sternen. Sowie bewegende Duette mit Freunden und Wegefährten. Manuel, goodbye, ich sag auf Wiedersehen. Sichern Sie sich Andrea Jürgens. Die Hits ihres Lebens. Von Anfang an bis über den Tod hinaus. Das sind fünf CDs für nur 49,99 plus Versand. Sie erhalten dazu diesen qualitativ hochwertigen Kuschelkissenbezug. Gratis als Geschenk. Denn wenn du glaubst, dass diese Sehnsucht... Rufen Sie jetzt an. 0800 045 44 00 Jede echte Andrea Jürgens-Fan soll ein persönliches Geschenk, nämlich diese Kissenhülle aus Kuschelstoff bekommen. Leider dürfen wir diese aus rechtlichen Gründen nur zur Erstauflage verschenken. Darum nutzen Sie bitte jetzt die Gelegenheit und rufen Sie uns an. Bestellen Sie sich jetzt die Hits ihres Lebens mit diesem Gratisgeschenk. Santa Catarina, weit sehen wir uns wieder. Wenn mich räumend südwärts zieht. Lass dich zärtlich küssen, weil wir gehen müssen, bis die Archideen blühen. Goodbye, adios, auf Wiedersehen. Die Zeit hier bei dir war wunderschön. Und wenn es Sommer wird, die Avignon, dann fang ich an zu träumen. Die Stunden schweben so wie bunte Luftballons hoch in den Bäumen. 1977 in den Studios der Berliner Union-Film zur ZDF-Hit-Parade nahm Dieter Thomas Heck das Kindchen, wie er sagte, an die Hand und erklärte ihm alles. 2018 stand vielleicht Andrea an der Himmelstür, um ihrem Hecki ihr Paradies zu zeigen. Vielleicht ist das nur eine Fantasie. Vielleicht aber freuen sich die zwei genau jetzt über ihre Treue. Ich zeige dir mein Paradies, wo es die schönsten Dinge gibt. Andrea Jürgens hat Millionen Herzen berührt mit den Hits ihres Lebens. Sichern Sie sich jetzt Gänsehautmomente und Ohrwürmer. Diese gibt es nun auf fünf CDs, die Hits ihres Lebens. Weitere Höhepunkte sind berührende Akustik-Versionen sowie bewegende Duette mit Freunden und Weggefährten. Sichern Sie sich die Hits ihres Lebens, von Anfang an bis zu Ihrem Tod und sogar darüber hinaus. Sie erhalten dazu diesen qualitativ hochwertigen Kuschelkissenbezug gratis als Geschenk. Bitte rufen Sie uns am besten gleich an. 0800 045 4400 Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30223 85492 Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Andrea Jürgens hat Millionen Herzen berührt. Jetzt gibt es auf fünf CDs die Hits ihres Lebens. Gänsehautmomente und Ohrwürmer. Berührende Akustik-Versionen. Sowie bewegende Duette mit Freunden und Weggefährten. Manuel Goodbye, ich sag auf Wiedersehen. Sichern Sie sich Andrea Jürgens, die Hits ihres Lebens, von Anfang an bis über den Tod hinaus. Das sind fünf CDs für nur 49,99 plus Versand. Sie erhalten dazu diesen qualitativ hochwertigen Kuschelkissenbezug gratis als Geschenk. Denn wenn du glaubst, dass diese Sehnsucht... Rufen Sie jetzt an 0800 045 4400.